Hallo Leute und Willkommen bei einem Art Vorstellungsvideo. In diesem Video zeigen wir euch was in Zukunft auf unserem Kanal passieren wird und alles. Aber erstmal was zum Gameplay. Das ist ein... Mein, das ist... So. Egal. Fuck it. Das ist ein... Domination. Domination Gameplay. Hardcore auf jeden Fall. In den anderen Modus kannst du gar nicht mehr spielen. Nee, das geht überhaupt nicht mehr. Nee, gar nichts. Also hier sterben die wenigstens noch. Ja, vielleicht nach einem halben Magazin. Genau. 40 zu 2 auf Vertigo. Mit Re... War das Re... Irgendeines der Map-Hacks. Ich weiß das gerade nicht auswendig. Ähm... Joa, ich benutze die AN-94 mit Quickjaw... Schaft... Und ein Magazin. Also, ja... Dann... Erstmal... Sag ich... Sagen wir mal kurz was über uns. Also, ich bin der Tim. No, Gott. Äh... Ich komm aus Löckenhütz und... Bin 16 Jahre alt, falls das jemanden interessieren sollte. Ich... Bin André... Wohne traurigerweise auch in Löcknitz. So, wir wohnen. Ja. Ungefähr nebeneinander. Ja, wohnt denn wie... Halben Kilometer entfernt. Und ich bin 15. Ja. Bravo Lockdown. Ja, äh... Dann... Auf unserem Kanal, was wir da vorhaben. Abos, 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 abos. Ja, das ist unser Ziel natürlich. Wir wollen natürlich so viele Abonnenten wie möglich kriegen. Also... Deswegen machen wir auch das Video, damit ihr wissen könnt, warum ihr uns abonnieren müsst. Naja, was... Wir machen... Videos. Wer hätte das gesagt? Also eventuell seht ihr oder hört ihr sogar hier mal was von uns. Das ist ganz was Neues. Ja. Also... Jetzt machen wir jetzt zum Beispiel einen Commentary. Davon machen wir vielleicht mal mehr. Kommt drauf an, wie ihr das so findet. Das müsst ihr alles mal in die Kommentare schreiben. Generell auch Videos von uns bewerten. Und ob es positiv oder negativ ist, natürlich... Positiv wären uns lieber. Und falls negativ, dann schreibt auch bitte, äh, warum. Damit wir uns... Und nicht einfach Hurensöhne geht sterben. Ja. Ich will die Begründung zum Beispiel, weil ihr scheiße seid oder so. Ja, das wär schon schön. Ja, das würd ich gerne hören. Ja, ähm... Okay, geht los. Da hab ich meinen ersten Staff Job angekriegt. Also das war, das Spiel war eigentlich ganz nice. Ja, ich war übrigens auch in dem Spiel, aber ich... Naja, ich war scheiße. So wie immer halt. Ja, ne, wir krieg dich. Du meinst, das war 84er Gameplay nehmen müssen. Ne. So, jetzt hab ich mich in den Fahnen verloren, äh... Hm. Ja, genau, wir in unserem Kanal. Also wir machen auf jeden Fall Minecraft. Doch, ja. Äh, Quickscope Videos. Zum Beispiel... Da kommen jetzt auf jeden Fall noch zwei, ob wir die Volt oder nicht. Ich... 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 Das erste ist nämlich schon fertig. Das ist nämlich... Anderen und ich, wir haben uns das jetzt so eingeteilt, dass ein Video ich mach. Ja. Und ein Video er. Und zwischendurch ist dann immer so, ein, zwei Kills macht dann eine Art, äh... Wie nennen wir ihn? Nein, wir nennen ihn mal... Gast-Gameplayer. Gast-Gameplayer, nämlich, äh... Philipp, der ab und zu mal... Der schneit mal immer bei unserem Kanal so rein, macht zwei Kills und siehst dann wir weg. Ja genau, so eine Art Praktikant vielleicht. Vielleicht den im Keller eingesperrt, als wenn wir mal keine Kills mehr haben, so... Nehmen wir einfach den, die setzen ihn dann vor die Playstation. Und der macht dann da für fünf Stunden und dann macht er da irgendwie was und... Ja. Äh... In Zukunft haben wir auf jeden Fall vor. In Zukunft kommt auf jeden Fall ein Video, wo ich mir sicher bin, dass es... Aber das könnte noch eine Ecke dauern, nämlich eine riesige, ernsthaft große, die ist... Groß, echt... Minecraft-Map. Groß, Minecraft-Map. Nämlich die zweite... Insgesamt die... Vierte, glaube ich. Mhm. Nämlich auch wieder so eine Survival-Map, wie ich die schon hatte. Ich hatte... Das war nämlich die beste, die ich momentan... Also unser bestes Video mit über 5.000 Klicks momentan. 5.600, glaube ich schon. Ja, kann sein. Äh... Ja, die wird besser, größer, schwieriger und... Für uns, natürlich. Ja, und das Geiz ist, wir sind zu zweit, wir können meistens... Was heißt meistens eigentlich bei euch immer nur alleine? Rö, was? Was machst du eigentlich? Ich spiele alleine in der Mannschaft. Ja, also... Die kommt auf jeden Fall noch. Ach so, ja, wenn ihr das wollt, wir können auch mal in Minecraft-Kommensern einfach machen. Das lässt sich bei Minecraft immer gut machen. Ja, weil das ist ja einfach so anstrengend. Ja, dann kommt natürlich als allerletzte Frage so... Im Sinne, was... Ihr könnt uns natürlich auch Vorschläge machen. Was ihr wollt. Und möglichst nicht Sachen, die schon 5 Millionen Mal gemacht wurden. Genau. Wie eigentlich auch die Quickscope-Videos, also das gibt es auch schon. Ja, und das war die erste Runde. Da wir keinen Bock haben, jetzt irgendwie über zwei Runden das zu labern, weil das einfach zu lang ist. Ja, da haben wir auch keinen Gesprächsstoff. Irgendwann würden wir einfach schwarzen Bildschirmen und Musik einblenden. Genau. Also... War's das erstmal von unserer Seite? Videos kommen auf jeden Fall immer noch, selbst... Wenn wir inaktiv sind. Genau. Also... Ja, hoffentlich kriegen wir immer mehr Abonnenten. Wir würden uns auf jeden Fall riesig freuen. Ja, dann... Bis zum nächsten Video, würde ich mal sagen. Ciao. Ciao. Ja. Achso. Und eine kleine Sache noch. Nämlich... Ich hab einfach nur auf Pause bei dem Bildschirm gedrückt. Ich hab keine Aufnahme auf Pause gedrückt, sondern... Wir machen auf jeden Fall noch ein Buried Gameplay. Na ja, das kommt wahrscheinlich... Direkt hinterher. Also wir haben jetzt ein freies Wochenende und da nehmen wir einfach so viel wie möglich auf. Also eigentlich nur zwei Videos, nämlich das und Buried. Und sonst machen wir nur Scheiße. Ja. Ja. Also jetzt aber nochmal richtig, also... Warte. Wenn ihr... Also ihr seid alle Abonnenten, meine großen YouTuber. Oder wenn jetzt irgendein größerer YouTuber das sieht. Wir würden uns ja über ein bisschen Statement freuen oder Unterstützung vielleicht sogar, dass ihr das irgendwie weiterschickt, ein bisschen, das Video. Genau. Ja. Dass wir Abos kriegen. Abos. Abos. So, das wär's dann. Ja, alles Leider. Tschau. Tschüss.